Hallo Leute, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind wieder Zeitung Maastra. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo. Ich nicht. So Leute, wir sind Zeitung Maastra. Wir sind schon fertig. Dieses Mal war es so schnell gewesen, dass es noch etwas gelohnt hätte, dass der Simon seine Kamera rausgepackt hätte. Der Kameramann war einfach zu langsam. Jetzt sind wir schon fertig. Ich habe es gerade mal hingesetzt, aber ich will euch noch die Eindrücke zeigen. Und zwar war ich auch noch der Buchsbaum Wanderfahrt hochgegangen. Der will ich mir auf jeden Fall irgendwann mal angucken. Vielleicht gehe ich den irgendwann mal, wenn ihr Zeitung ausfragt, gehe ich den mal hoch. Muss mal gucken. Auf jeden Fall war es sehr interessant. Da seht ihr jetzt ein paar Eindrücke. Bye. Ich bedanke dich schon, war es der Video. Jetzt kommen die Eindrücke, dass es cinematisch ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind wieder zurück. Und was gibt es für Neuigkeiten? Nur, dass der Fortnite bald Season 8 beginnt. Und da jetzt alle, soweit kostenlos, die Season passen, regeln können. Keine Ahnung. Oder den Battle Pass. Und ja, soweit ist sonst im Moment nichts. Und sonst noch wieder Fußball. Ein Spiel. Wir werden zwar wieder gerne auswärts fahren, aber dann kommt auch wieder. Apropos, der Murat hat geschrieben. Er will auch mal Eindrücke von der Zeitung austragen. Schöne Grüße an Murat. Da bin ich mal gespannt, wie du deine Zeitung austrägst. So. So, von Fortnite. Der Andy hatte Kopf ab. So ne Scheiße. Von Fortnite hab ich ja was ge... oder ihr habt... oder von meinem Video aus, die die das wissen, haben auf jeden Fall den Creator Code genutzt. Und der hat funktioniert. Und von den Einnahmen tue ich direkt wieder weiter investieren für andere Spiele. Oder halt für das Fortnite immer noch. Oder für YouTube. Oder für das. Das werde ich halt so gucken, was halt abgeht. Neue Festplatte oder so. Ich rede darüber nicht mehr. So Leute, wir sehen uns am Samstag wieder. Im nächsten Video sehen wir uns wieder alle. Und dann reden wir wieder besser. Und dann merkt es ein bisschen Chaos. Hier ist der Andy raus hier aus dem Bild. Der hat den Kopf halb immer ab. Sorry. Ist auch ziemlich laut hier. Und dann tut er das extra nochmal wieder rumgehen. Wir müssen alle ein bisschen zusammenrücken. Trotz Weifengel. Ich verstehe das. Ja, hier das ist. Ach, ich hab... Egal. Mach's gut. Ich hab deine Pepsi mal grad leer gemacht. Ja. Ich brauch noch was laufen. Das war's. Das ist Spaß noch. Macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.